Die Sekretärin zu sein ist modern. Viele Menschen kennenzulernen, in der Welt herumzukommen, für große Männer zu arbeiten. Wenn sie für mich arbeiten, kommen sie nur in Lisieux herum. Ist doch toll für den Anfang. Agentuelscher und Söhne, ich höre. In Ordnung. In Ordnung. Ist schon notiert. Und wie ist sie so? Das einzige, worin ich wirklich gut bin, ist auf der Schreibmaschine. Nun, ich glaube ganz einfach nicht, dass sie eine Zukunft bei mir haben. Es sei denn, sie wären dazu bereit, für mich eine Winzigkeit zu tun. Rose! Sie haben das völlig missverstanden. Ich will sie hier haben, nicht in meinem Bett. An einem Wettbewerb teilnehmen? Nicht bloß teilnehmen, siegen. Ich trainiere sie. Für die Wunderhübscheste aller Rosen. Nein, großartig. Die Maschine schnell schreiben ist ihrer Ansicht nach wirklich ein Sport? Du kannst ein Star werden, endlich die ganze Welt, sie eine Menge Leute kennenlernen. Das ist mir doch alles egal. Saint-François und Lisieux ein für allemal verlassen. Wenn Sie das passende Hüschen dazu suchen. Ich habe es gerade an. Ich habe den Schadensfall von Madame Morel vernichtet. Und ich glaube, ich habe den Aktenvernichter ruiniert. Lassen Sie sich was einfallen, Sie großes Mädchen.